Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Millionär. Unser Kandidat ist heute Herr Deutsch. Stellen Sie sich bitte kurz vor. Guten Abend, ich freue mich hier zu sein. Ich heiße Klaus Deutsch und wohne in München. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin 66 Jahre alt. Wirklich? Sie sehen viel jünger aus. Danke. Ich halte mich fit. Lassen Sie uns anfangen. Sind Sie bereit? Ja. Ich bin startklar. Und los geht's. Herr Deutsch, hier ist Ihre erste Frage. Es geht um 100 Euro. Wer streichelt Schildkröten? Gute Frage. Was ist Ihre Antwort? B. Den Muskelkater kann man nicht streicheln. Ihre Antwort ist B. Computer ist B die richtige Antwort. Die 100 Euro gehören Ihnen. Spielen Sie weiter. Natürlich. Die ersten Fragen sind ja kinderleicht. Ich hoffe es für Sie. Frage Nummer 2. Es geht um 1000 Euro. Welcher Artikel kommt am häufigsten vor? Da muss ich überlegen. Es kann nur A oder B sein. B. Die ist meine Antwort. Ist die der häufigste deutsche Artikel? Sie haben 1000 Euro gewonnen. Gratulation. Dankeschön. Spielen Sie weiter oder nehmen Sie das Geld. Ich spiele weiter. Frage Nummer 3. Es geht um eine Million Euro. Wie bitte? Eine Million? Das ist doch erst die dritte Frage. Genau. Und wenn Sie die Antwort wissen, gewinnen Sie eine Million Euro. Das gibt es doch nicht. Doch, das gibt es. Dritte Frage. Wann heiratet Ihre Enkeltochter Oskar? A. Nächste Woche. B. Nächsten Monat. C. Nächsten Monat. Nächsten Monat. Jetzt. Wollen Sie mich veralbern? So eine komische Frage. Wie lautet Ihre Antwort? Was für ein Unsinn. Computer, heiraten, Anna und Oskar, nächstes Jahr. Jetzt? Was soll das? Tut mir sehr leid, Herr Deutsch. Sie gehen ohne Geld nach Hause. Warum ist die jetzt die richtige Antwort? Drehen Sie sich doch mal um. Opa, Opa, alles in Ordnung? Ich weiß nicht. War das alles nur ein Traum? Wer ist Oskar? Das wissen Sie doch. Annas Freund. Annas Freund. Gut. Es ist schön, das zu hören. Siehst du? Dein Opa mag mich wirklich. Du bist centers Jordi. Du bistлетig. Du bist Sierra Video. ?